Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück hier auf unserer verschneiten Insel Isla Matanceros. Beim letzten Mal haben wir einen schönen Aussichtsturm gebaut, eine Ranger-Station und ein großes Gehege für unsere neuen Bewohner, die Mammuts erstellt. Für diese habt ihr natürlich wieder wunderschöne Namensvorschläge in die Kommentare geschrieben und im Hintergrund könnt ihr sehen, wer sich so alles im Park verewigt hat. Vielen vielen lieben Dank an euch alle fürs fleißige Liken und Kommentare schreiben in der letzten Folge und jetzt geht's weiter mit der Arctic Jurassic World. Und jetzt können wir uns wieder an die Arbeit machen für den dritten Teil von unserer Arctic Jurassic World. Ich habe schon wieder richtig Bock weiterzubauen, aber mir ist vorhin schon eine Sache aufgefallen, denn die Mammuts haben die Möglichkeit hier vorne aus dem Gehege auszubüchsen. Darum müssen wir uns unbedingt kümmern. Also hier ist auf jeden Fall der Bereich ja noch ein bisschen blöd. Also da müssen wir irgendwie den Zaun noch mal anders platzieren oder sowas. So an dieser Stelle sieht es ganz gut aus. Da können wir es mal probieren. Jetzt müssen wir gleich nur noch eine vernünftige Kurve hinbekommen. Und dann könnte es sein, dass wir das Problem schon gelöst haben. Hat jetzt ja vom Gehege nicht sehr viel verändert. Ist alles noch entspannt. Löst noch aus wie vorher. Hier der Wald und so, der wird sowieso später noch mal überarbeitet ein bisschen, weil hier vorne kommen ja logischerweise auch noch Sachen hin. Ich werde jetzt aber erstmal mich in diese Richtung begeben, weil dort werden wir weiterbauen. Deswegen mache ich jetzt erstmal hier ein ganzes Stück Wald weg, damit wir mal sehen, was für eine Fläche uns hier eigentlich zur Verfügung steht. Jetzt kann man wenigstens mal sehen, wo wir alles bauen können. Das ist schon noch eine ziemlich große Fläche, wie ich finde. Weil hier werden wir gleich den Weg weiterführen. Ich denke mal dann hier außenrum so ein bisschen. Hier wird wieder ein Gehege kommen. Und ich hoffe, hier kriegen wir auch noch irgendwie ein Gehege hin oder irgendwas in der Art. Wäre zumindest cool. Und da soll dann auch noch so eine Jurassic Tour am bestenfalls hin. Das wäre cool. Dass die dann einmal sich um diesen Felden sozusagen rumherum schlängelt. Also hier einmal drumherum. Das ist der Plan durch alle drei Gehege. Das wäre echt cool. Mal schauen, ob wir das hinbekommen. So, das ist jetzt die Grundplanung. Also hier rechts kommt ein Gehege hin. Hier kommt ein Gehege hin. Das hier wird wahrscheinlich sogar noch mal ein bisschen kleiner oder abgeändert werden. Aber das wird auf jeden Fall wieder ein größeres Gehege. Aber als allererstes, bevor wir das Gehege jetzt zeichnen, möchte ich gerne den Weg hier rüber holen. Weil nicht, dass nachher nicht mehr genug Platz ist für diesen Weg und für mögliche Gebäude, die hier hinkommen. Wir müssen ja hier den Platz so gut wie es geht nutzen. Auch wenn ich natürlich auch jetzt nicht so Wert darauf lege, dass wir jeden Millimeter ausnutzen. Das würde ich definitiv nicht tun. Da kann ruhig dann auch mal eine etwas größere Lücke zum Rand und sowas sein. Ist ja jetzt nicht so ein Park wie Isla Pena, wo wir beim letzten Mal gebaut haben, wo dann der Platz mega knapp ist. Die Grundung hier gefällt mir nicht so ganz. Soll alles wie in einem Guss aussehen. So ist das schon besser. Hier vorne, die Ecke ist noch sehr leer. Auch wenn ich hier gerne einen kleinen Wald lassen möchte. Ich glaube, hier mache ich nochmal ein Stück weg. Und dann können wir vielleicht hier nochmal ein Geschäft oder eine Toilette machen. Am besten eigentlich eher eine Toilette. Das wäre, glaube ich, ganz cool. Die könnten wir sogar hier vorne hin machen. Da, wo es nicht ganz so steil ist von der Kurve. Hier so. Machen wir, denke ich, im ähnlichen Stil wie beim letzten Mal, dass wir hier einfach ein Stück Weg machen. Ich weiß nicht, ob das schon zu steil hier ist von der Errundung. Aber werden wir gleich sehen. Dass wir es so machen. Kommen hier gleich noch Ecken hin. Die werden jetzt wahrscheinlich erstmal wieder nicht klappen. Hm, klappt sogar direkt. Oh, ohne Fehler im anderen Weg. Okay. Hätte ich mal nichts gesagt. Weil diese Fehler, die entstehen wirklich sehr, sehr schnell. Das ist dann wirklich immer ein bisschen friemelige Arbeit. Das sieht aber eigentlich ganz gut aus. Also hier kommt dann die Toilette hin. Ich mache jetzt nochmal eben den Weg heile. Und dann ist das, glaube ich, ganz cool. Okay, Toilette steht. Bin ich auch zufrieden mit. Machen wir nochmal ein bisschen Deko dahin. Vielleicht mal einen kleinen Felsen. Hier auf die Seite. Die andere auch ein Felsen. So, dann natürlich den Wald auch wieder ein bisschen näher ranbringen. Aber auch nicht zu viel Wald. So, dass der Weg auf jeden Fall nicht bedeckt ist. Das möchte ich ja vermeiden. Das soll ja nachher von oben noch ganz cool aussehen. Ich hoffe, das kriegen wir alles hin. Ich denke aber schon. So, und dann kann hier nochmal ein bisschen damit gearbeitet werden. Hier ist mir das sogar ein bisschen zu hell. Würde ich fast sagen, dass wir da nochmal ein bisschen Schnee hinzeichnen. Diese Größenverhältnisse abzuschätzen bei dem Spiel ist sowieso nicht immer ganz so einfach. Aber wir führen das jetzt erstmal hier schön unten entlang. Hier auf dieser Seite hätte ich ganz gerne das Ganze auch gleich ein bisschen abgesenkt. Dass das Gehege sozusagen von hier oben nach unten geht. Dann haben wir nämlich auch mal ein Gehege mit Höhenunterschieden. Das Einzige, was dann natürlich wieder besonders schwer wird, ist das Wasser zu platzieren. Das ist leider immer so, weil man das halt nicht auf verschiedenen Höhen machen kann. Aber das kriegen wir schon hin, ne? Wir wollen ja auch ein bisschen Herausforderung haben. Hier würde ich dann eine Galerie reinpacken. Können wir den Weg nochmal wegmachen. Warten gleich mal, bis sie fertig ist. Und dann können wir das auch wieder schön mit Wegen gestalten. Wir haben ja schön zwei verschiedene Wege-Tools hier. Jetzt können wir schon mal versuchen, den Zaun hier einigermaßen entlang zu führen. Ungefähr im gleichen Abstand, wenn es nicht ganz so ist. Ein bisschen variieren kann das auch. Hier oben gehe ich zum Beispiel mal ein bisschen näher ran. Das finde ich dann ganz cool. Ich möchte hier eigentlich gerne noch ein paar Läden oder zumindest einladen noch unterbringen. Dann mache ich hier, glaube ich, mal so einen kleinen Knick rein. Dann so vielleicht zum Rand. Das ist doch gar keine so schlechte Gehegeform. Das sieht doch eigentlich ganz interessant aus. Jetzt müssen wir mal eben schauen, ob wir da noch die Läden unterkriegen. Die ich halt gerne hätte. Das wäre vielleicht hier dieses Restaurant. Oh, das wird knapp. Weil ich will hier natürlich auch wieder ein bisschen Weg vorballern. Aber dann müssen wir gleich erst das Restaurant platzieren und dann den Zaun nochmal überarbeiten. Und vielleicht könnten wir da oben nochmal eben den Turm hinmachen. Der dann auch nochmal so die Sicht auf das Gehege bringt. Das ist ja auch nicht schlecht. So, platzieren wir jetzt hier erstmal die Sachen, die wir hier noch platziert haben wollen. Mit dem Höhenlevel muss ich da mal gucken. Da sind halt immer dann so ein paar Unterschiede drin, dass wir hier Übergänge haben. Aber gerade beim Platzieren des Gebäudes ist es halt immer wichtig. Ansonsten erhöht er das Land von selber. Da würde ich das lieber vorher manuell machen, damit er uns da nichts kaputt macht. So, jetzt noch das Restaurant da gleich hin. Das müssen wir eigentlich erstmal hier einmal einzeichnen. Mit diesem hellen Weg. Weil da werde ich definitiv diesen Stil beibehalten, den wir die ganze Zeit verwenden. Also hier bei Geschäften und Läden immer noch so ein kleines Stück weißen Weg abgehen lassen. Sehr gut. Und hier vorne müssen wir den Weg natürlich dann auch anpassen. Ich werde es definitiv ein bisschen anders machen als beim letzten Mal, wo wir den Turm verbaut haben. Da soll ja auch ein bisschen Variation drin sein. Dann können wir es nämlich hier kürzen. Jetzt ist es die perfekte Länge. Dann machen wir einen kleinen Holzakzent. Von drei Winkel, dann wird er nämlich noch kleiner. Na komm. Ah, so ist das super. Und da können wir jetzt eigentlich einfach schon den ganz normalen grauen Weg abgehen lassen. Aber das klappt sogar 1a. Not bad. Muss ja auch mal Glück haben, ne? So, wunderschön. Hier vielleicht nochmal die Ecke ein bisschen. Wie müssen wir es denn hinbekommen? Ja, wunderbar. Das sieht doch super aus. Dann mache ich das hier nochmal eben schnell fertig. Ich glaube, so gefällt mir. Nur so ganz minimale Kante drin. Ah, ist leider der Weg ganz leicht kaputt gegangen. Ja, aber das soll uns nicht weiter stören. Wir wollen ja auch nicht zu pingelig sein. Das sieht doch ganz gut aus. Weil jetzt hat man hier nämlich einen etwas schöneren Eingang, dass man hier darauf zugeht mehr. Sieht einladender aus. Das war so ein bisschen das Ziel. Ich weiß nicht, ob ich die Ecke nachher nochmal entferne. Aber es ist immer schwierig. Die Wege baggen halt immer so ein bisschen ineinander. Vielleicht kennt ja jemand von euch einen Trick oder so. Schreibt es gerne in die Kommentare. Wir bauen jetzt aber erstmal hier weiter. Also mega tragisch finde ich das jetzt nicht. Da gibt es Schlimmeres. Aber ich glaube, auch hier müssen wir nochmal das Ding abreißen. Weil es ist immer schwer, erst die Gebäude zu machen. Eigentlich muss man immer erst die Wege zeichnen, dann die Gebäude. Deswegen mache ich das hier auch nochmal schnell. Möglichst gerade. So, das Höhenniveau ist auch richtig. Boah, das wird richtig schwierig. Schaut mal den Höhnenunterschied an. Von da oben nach hier unten. Also das Gehege wird sehr, sehr schwierig. Gerade was Wasser angeht. Da bin ich mal gespannt, ob wir das hinbekommen. Das ist ja jetzt auch nicht das größte Gehege, ne? Uff, müssen wir mal gucken. Da bin ich echt gespannt. Jetzt müssen wir da gleich noch große Umbauten machen. Da habe ich eigentlich keine Lust zu. Ob ich das eigentlich ganz cool so finde. Da müssen wir jetzt alles nochmal umplanen. Das geht nicht anders. Aber das macht ja nichts. Das kriegen wir schon alles hin. So, die Gehegeform hat sich jetzt nochmal ganz leicht abgeändert. So sieht das Ganze aus. Wir müssen noch bedenken, hier muss auch noch ein Tor rein. Also Wasser muss hier rein, Tor muss hier rein. Das wird echt alles ziemlich schwierig. Weil das Tor kann auch nur an einer geraden Stelle platziert werden. Ich kann mir das irgendwo... Eigentlich macht hier vorne am meisten Sinn. Das werde ich einfach direkt hier hin platzieren. Dann können wir das nämlich schon mal nicht mehr vergessen. Und jetzt müssen wir noch gucken, dass wir natürlich hier Wasser unterkriegen und das Ganze auch ein wenig besonders gestalten. Ich will das halt auch sehr hügelig und bergig machen. Aber gerade bei solchen Gehegen ist halt Wasser schwierig. Oh, wenn wir hier den Eingang machen... Ah, das ist natürlich jetzt auch kritisch, ne, an dieser Stelle. Oh, das habe ich gar nicht bedacht, weil die Strecke muss ja hier auch noch irgendwo entlang gehen. Könnte die nicht hier so reingehen? Oh, da müssen wir jetzt mal gucken. Vielleicht können wir auch so kleine Wasserstellen nur machen. Und dann die Strecke hier so entlang schlängeln. Ich führe die mal schnell hier rein. Dann kommt hier der Eingang hin. Und dann würde die direkt hier eine Kurve fahren. Dann irgendwo hier vorne entlang, würde ich fast sagen. Den Rest müssen wir gleich mal gucken. Je nachdem, wie wir das Gehege gestalten. Weil ich möchte dann noch einiges an Bergen und so Felsen und Hügeln reinmachen in dieses Gehege. Vielleicht können wir diesen Vorsprung hier so ein bisschen fortführen. Das würde ich cool finden. Hier ist ja sowieso schon so ein bisschen gegeben. Und dann gleich auch noch ein bisschen mehr ausschmücken. Dass wir hier so ein Stück runter machen. Hier so ein bisschen uneben wird. Okay. Das wird ganz schön krass. Wird alles nicht so einfach werden. Aber wir kriegen das hin. Da hatten wir, glaube ich, schon schlimmere Probleme. Ich will halt hier wirklich so einen Vorsprung behalten. Und das wäre cool, wenn wir da jetzt noch sowas drauf platzieren könnten. Dass das ein bisschen bügeliger gleich wirkt. Ohne, dass hier alles kaputt geht. Natürlich jetzt die oberste Priorität. Weil ihr seht ja, das betrifft natürlich auch da unten das ganze Gelände. Wenn ich hier oben was platziere. Das ist ja leider immer so. Hier könnten wir dann einen Futterspender oben hin machen. Das wäre, glaube ich, echt cool. Wir hätten hier auch noch mal ein bisschen über... Okay. Das wird ein mittlerer Pflanzenfresser. Ich weiß nämlich schon, was hier reinkommt. In dieses Gehege. So, der passt auch da perfekt hin. Den kann man dann auch nur von oben sehen. Das finde ich ganz cool. Ich weiß auch noch nicht, ob ich den Zaun irgendwo durchsichtig mache an der einen oder anderen Stelle. Könnte ich mir auch noch vorstellen. So, und jetzt? Vielleicht kriegen wir es hin. Ah, das wird... Dass wir hier einen Weg runter machen oder so? Oder hier vorne? Ah, das Wasser verschwindet. Ah, das wird jetzt ein Kampf mit dem Wasser. Eine ganz wichtige Sache habe ich vergessen zu bedenken. Weil die Strecke muss ja noch nach hier oben. Und die muss wieder hier vorne irgendwo raus. Also hier so. Damit die hier weiter ins nächste Gehege kann. Und deswegen ist der Turm hier echt blöd platziert. Der muss auf jeden Fall noch mal ein Stück hier weiter rechts rüber. Damit wir hier hinten noch Platz für die Strecke haben. Das habe ich halt nicht bedacht. Aber das werde ich jetzt noch mal eben fixen, bevor es zu spät ist. Am besten eben erst die Strecke einzeichnen. Können wir, glaube ich, nicht viel verkehrt machen. Ich glaube, ich fahre die... Ich fahre mit der Strecke hier richtig schön nah am Fels entlang. Sieht bestimmt dann cool aus von unten, wenn dann der... Die Trucks so noch so zu sehen sind durch die Lücken. Könnte ich mir vorstellen. Jetzt hier irgendwie einen eleganten Weg hoch. Das ist doch gar nicht so schlecht. Die Strecke nicht ganz gerade und so ist. Das macht rein gar nichts. Die sieht man eh kaum. Hier geht es dann später rüber. Zum nächsten Gehege. Da kümmern wir uns dann wann anders drum. Für den Übergang noch ein bisschen schöner gestalten. Auch wenn wir dann nachher vielleicht keinen Buttertropen mehr hinbekommen. Das weiß ich noch nicht. Wäre zwar schade, aber ist jetzt auch nicht dramatisch. Den kann man auch noch woanders hin platzieren. Aber vielleicht könnte es noch klappen. Wäre natürlich ideal. Oh, das sieht gut aus. Oh ja. Sogar cool, wenn das schöner an der Strecke hier ist. Sehr schön. Hier ist das auch nicht zu krass. Das geht alles noch. Kann man ja dann auch noch sicherlich ein bisschen nachhelfen mit... Nacharbeiten hier mit Glätten und so. Vielleicht können wir das doch noch ein bisschen weiter durchziehen. Wir müssen halt gucken, wie es ist jetzt gleich mit dem Wasser da unten, dass das nicht alles verschwindet. Wir haben leider sehr wenige längliche Felsen. Das heißt, wir können da fast immer nur den einen Felsen nehmen und so an bestimmten Ecken nur ein bisschen variieren. Weil dieser Felsen ist eigentlich einfach Gold wert für solche Stellen, wenn man die baut. Und das so, da passt er perfekt rein. Okay, ich glaube, wir kriegen das relativ gut hin hier, trotz Höhenunterschieden. Da kommt nochmal ein Futterspender hin. Damit die Tierchen auch hier runter kommen und nicht nur da oben sind oder hier vorne. Dann können auch die Besucher das an der Stelle sehen. Hier können wir es dann nochmal wieder ein bisschen felsiger gestalten. So, dass der Zaun möglichst noch gerade bleibt. Können wir dann wieder mit diesem Felsen ganz ähnlich machen wie an der anderen Stelle. Ah, das geht noch. Das ist noch in Ordnung. Hier ist natürlich jetzt wieder kritisch. Aber wenn dann mal eine Lücke nicht ganz voll ist, dann macht das nichts. Sieht schon sehr gut aus. Gefällt mir. Hier hinterher könnte man dann auch nochmal versuchen, irgendwas hinzubekommen. Aber erstmal wird jetzt hier grob übergepinselt. Alles, was felsig ist, wird auch schön felsig. Soll nämlich ein felsigeres Gehege werden als die anderen. Da könnt ihr auch wieder ein bisschen mehr übertreiben mit dem Anpinseln. Kann auch ruhig hier richtig schön weiß erstmal werden, das Gehege. Wir machen gleich mit dem Buschtool und dem Baumtool hier noch ein bisschen mehr grüne hin. Hier unten sollten eigentlich auch nochmal ein paar Felsen ins Wasser. Am besten irgendeinen, den wir noch nicht verwendet hatten. Das sieht doch super aus. Hier vorne in die Ecke auch nochmal vielleicht etwas. Im großen vielleicht. Ah, das ist doch richtig gut. Okay, das ist jetzt ein richtig, richtig schönes felsiges Gehege. Hier könnte man auch nochmal einen Felsen hinmachen. Würde sich fast anbieten, wenn es passt. Ne, wird problematisch. Leider, leider nicht. Aber es macht nichts mehr. Ich bin schon mehr als zufrieden gerade damit. Muss ich sagen. Hier kommt auch nochmal ein Felsen hin. Dann sieht es hier auch nochmal ein bisschen felsiger aus. Vom Übergang. Und jetzt können wir Wald machen. Ich denke mal, ich werde eine Mischung aus Redwood Trees und normalen Wald wieder machen. Oder machen wir nur Redwood Trees? Ne, mal schauen. Die passen hier eigentlich ziemlich gut rein, ne? Problem ist nur, dass die eigentlich auch nicht so für unebene Flächen geeignet sind. Habe jetzt extra gespeichert. Jetzt zeige ich es euch nämlich. Weil die verändern auch natürlich die Landschaft. Unten drunter, weil die halt so ein platzierbares Objekt sind. Ich werde es mal mit diesen Bäumen versuchen, weil optisch würden die mir, glaube ich, besser gefallen. Aber wenn das gleich zu schwierig wird, dann werde ich das mit normalen Bäumen machen. Ich habe jetzt keine Lust hier die ganze Zeit hin und her rum zu probieren. Und weil ständig der Boden angehoben wird und verändert wird. Okay. Ist an sich nicht schlecht, ne? Also bis jetzt gefällt mir das. Ich baue auch noch einen hin. Ich kombiniere ja auch immer gerne große Bäume mit kleinen Bäumen. Ich finde, das sieht immer ein bisschen kahl aus, wenn da nur so ein großer Baum steht. Das ist doch gar nicht so schlecht geworden. Bin schon sehr zufrieden mit. Die Büsche holen natürlich jetzt auch nochmal ordentlich was raus, was Optik angeht. Ja, vorne vor dem Tor macht nicht viel Sinn, weil wenn da regelmäßig Jeeps drüber fahren, ist da logischerweise nichts mehr, was da wächst. Ist dann eher genauso wie hier. Wenn da Dinosaurier hingehen oder oft drüber laufen, dann ist natürlich so ein kleiner Trampelfahrt da. Ich werde jetzt versuchen, ein bisschen dieses Steinterra verschwinden zu lassen, aber auch nicht zu sehr, ne? Ja, es soll ja noch sehr felsig aussehen, das Gehege. Zumindest das Ziel davon. Also hier schön an den Rändern und so kann man das gut machen. Ein oder andere Pflanze dazwischen auch. Okay, hier ist dann auch wieder nicht so nice. Ich werde gleich auch noch weitere Büsche nehmen. Die kann man ja auch mal gut kombinieren. Hier soll nicht zu sehr sein. Denn den Bäumen ist immer schön. Ah, hier müssen wir nochmal überglätten. Sonst zu steil, wenn die da langfahren. Jetzt können wir auch gerne nochmal die hier nehmen, weil die machen immer nochmal etwas größere Büsche da mit rein. Ist auch immer ganz cool. Gerade hier beim Wasser finde ich das ganz schick. Es sieht doch schon nicht schlecht aus. Dafür, dass wir jetzt die Höhenunterschiede haben, das ist dann mehr so ein eisiges Gehege mit nur ein paar Redwood Trees. Ich bin schon sehr zufrieden damit. Sieht auf jeden Fall anders aus, als das, was wir ja vorher gebaut hatten. Okay, jetzt wird es wieder spannend, Leute. Jetzt müssen wir nämlich den Weg ins schon fertige Mammut-Gehege machen. Ich hoffe, wir müssen hier nicht so viel kaputt machen, weil ich sehr, sehr zufrieden mit diesem Gehege bin. Mal gucken, ob wir hier die Strecke vernünftig durchgeführt kriegen. Das wäre super. Das sieht, glaube ich, ganz gut aus. Hier wird es ein bisschen schwierig. Ich hoffe, das ist gleich nicht zu steil. Man sieht, wenn wir hier so außenrum düsen. Das geht alles noch, ne? Das ist jetzt, glaube ich, echt nicht zu steil. Das ist ja super. Müssen wir nur da hinten wieder rauskommen? Ist das hier zu steil? Ne, das ist alles super. Oh, wow. Okay, das hätte ich nicht gedacht. Und die Mammut scheinen jetzt auch nicht mehr auszubüchsen. Oh, das klappt auch. Aber wie gut. Okay, das ist ja mega. Okay. Wir haben einen Weg durchs Mammutgehege, ohne was umzuändern. Okay, jetzt bin ich gerade ein bisschen gebufft. Das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, wir müssen zumindest irgendwas noch ändern. Aber jetzt haben wir die beiden Gehege schon mal komplett mit einer Strecke fertig. Das ist ja super. Das dritte Gehege machen wir dann in der nächsten Folge. Da kommt dann nämlich nochmal ein kleineres Gehege hier vorne hin mit einem kleineren Tier. Aber ich bin gerade wirklich glücklich. Ich werde jetzt nochmal eben schnell den Turm hier wieder hinbauen und dann ein bisschen Wald und drumherum gestalten. Und dann können wir schon die nächsten Tiere freilassen. Drumherum habe ich das Ganze jetzt auch nicht zu doll bepflanzt. Sieht jetzt so aus. Ich finde, das sieht schon echt cool aus. Ich bin noch am überlegen, ob wir hier noch die ein oder andere Stelle mit einem anderen Zaun versehen. Wenn man da nochmal durchblicken kann. Hier zum Beispiel dieses Stück. Sind wir das zu groß? Sind es eigentlich gar nicht so schlecht. Die Dinosaurier, die da reinkommen, die brüten übrigens gerade schon. Hier werdet ihr gleich auch zu Gesicht bekommen. Und vielleicht kann dann ja auch wieder der ein oder andere dem einen schönen Namen geben. Ihr kennt ja das Spiel. Ich freue mich da mal mega drüber, dass ihr so Lust habt, in meinem Park verewigt zu sein. Das ist mir eine Ehre. Ach, ich wundere mich gerade, warum das nicht geht. Das ist halt der gleiche Zaun. So, dann haben wir da nämlich nochmal Gucklöcher, wo die Leute dann auch so durchgucken können. Und hier vorne das Ganze müssen wir natürlich auch noch gestalten. Hier fahren ja dann die Jeeps los in diese Richtung. Hm, wie mache ich das denn? Erstmal muss ich hier wieder den Weg machen. Hier werde ich das Ding aber jetzt nicht abreißen. Da müssen wir jetzt im Nachhinein den Weg machen. Das macht rein gar nichts. Ich glaube, hier mache ich das auch eher einfach mal relativ simpel einfach so rein. Das passt doch. Und hier können wir dann auch nochmal mit einem kleinen Zaun gestalten. Ah, der geht hier ja sogar ab. Das habe ich ganz vergessen. Aber man kann hier nicht nach vorne connecten. Das ist ja doof. Ich hätte gerne direkt hier an der Schiene entlang geführt, das Ganze. Ich kann das leider nur so machen. Ist aber auch nicht schlecht. Da hat man dann nämlich auch nochmal eine Abgrenzung. Und nach hinten könnten wir sogar mit diesem Zaun das Ganze auch noch verbinden. Und das hier sind unsere neuen Bewohner für unsere Arctic Jurassic World. Wunderwunderschöne Tierchen. Die auch wunderbar in unsere eisige Welt hier passen. Nämlich Volley Rhinos. Nein, kein Torosaurus. Ein Volley Rhino. Sehen die nicht wundervoll aus. Ich würde mich natürlich wieder sehr über tolle Namen für diese freuen. Ich werde davon sechs Stück machen. Und die werden dann gleich in das neue Gehege kommen. Die passen da sicherlich sehr, sehr gut rein in diese steinige, eisige Landschaft. Ich finde die mega cool. Die Hörner sind richtig beeindruckend, so riesig wie die sind. Das letzte Rhino kommt jetzt hier gerade geflogen. Und dann werden sich unsere sechs hier hoffentlich wohlfühlen. Sind kleiner als gedacht. Also das Gehege ist eher gesagt größer als gedacht. Es wird definitiv ausreichen für diese. Hab nochmal so ein paar kleine Erinnerungen vorgenommen, aber nichts gravierendes. Bin jetzt super, super zufrieden. Ist echt cool geworden. Die Form gefällt mir. Ich find's cool, dass wir das mit den Höhenunterschieden so gut geregelt bekommen haben. Ist auch nicht zu steil. Und ich bin mega froh, dass die Jurassic Tour so gut geklappt hat von der Strecke. Sogar durch das alte Mammutgehege, wo wir das ja noch nicht geplant hatten. Also ich bin sehr, sehr happy. Und ich würde sagen, das soll es mit der heutigen Folge aus unserer Arctic Jurassic World gewesen sein. Falls euch das Projekt gefällt, lasst ein Like da. Denkt an die Namensvorschläge in den Kommentaren. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandi. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.